14 Schmürzeln sage ich immer zu meinen kleinen Elfen. Hallo, willkommen zum 14. Türchen. Heute für Sie Gendarmerie, Frankreich, aber in Italien ganz verkehrte Welt. Und hier spielte sich in Italien folgendes ab. Stellen Sie sich vor, mittelmotorisierte Fahrzeuge, lange gerade, vroom, 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 völlig drauf. Alles im Tunnel, nichts wird mehr gesehen und wahrgenommen von den Augen. Und dann macht es auf einmal Iiiiiiii und folgender Film setzt für Sie ein. Uh! Was soll man dazu sagen? Es gab einen leichten Kontakt, es wurde ausgewichen und wieder zurück auf die Strecke gefahren. Aber es hat sich nicht wirklich viel verändert im Nachgang. Ich denke, dass dieser Unfall keine großen Konsequenzen hatte und somit kann man das als Rennunfall gelten lassen und nur für der Action durchgeben. Nun, das war ein kurzer Fall heute. Und damit möchte ich das Türchen schließen und mich bedanken, dass ich schon so lange den Adventskalender gucke. Ich hoffe, Sie haben Spaß daran. Lassen Sie uns das Tag gerne wissen, ob wir das vielleicht im nächsten Jahr wieder machen sollten. Oder auch nicht? Oder vielleicht sehen wir uns im nächsten Türchen? Ich bin jetzt einfach mal für's Begrube. Ich bin nämlich im electricity-kl Hawai-Michael. Ich bin noch mehr Principal. Ich bin mir im Vergleich ein kurzer Fall.